Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja hallüchen meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu No More Heroes. Wir sind da wo wir hin sollen, Call of the Battle. Ich kann den Wagen eigentlich direkt hier stehen lassen, weil ich da drin eh nicht mit dem fahren kann. So und hier dürfen wir jetzt erstmal 5 Kämpfe bestreiten, wenn ich das richtig gezählt habe. So der erste ist direkt hier vorne. Einer ist glaube ich da unten. Let's go. Er ist der Kampf. Ich kämpfe um diesen LKW. So, den mache ich jetzt erstens fertig. Und. So, den wir jetzt sehen. Und. Unsinn. Und. Und. Abtü. Und. 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 Ich warst. Und. 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 Mann, geht doch mal weg. So, die krieg ich. Wurfen. Meine Augen nicht weg. Ich weiß, ich weiß, es hätte jetzt gerade hier besser laufen können. Aber mit den Typen habe ich irgendwie immer Probleme. Ich werfen. Wenn man merken kann, dann wirft man. Und. Tschüss. Nur noch ein. Hab ich. Ich darf nicht mal finishen. So schnell war er tot. Ach ja, diese Gegner, die mag ich nicht. Vor allem, wenn die in der Gruppe auftauchen. B. Weil ich zu viel Schaden genommen habe. So. Ein Kampf erfüllt. Ein paar noch vor uns. So, der nächste müsste gleich hier irgendwo sein. Mal gucken, wo ist der denn? Wo ist mein Kämpfer? Mein Gegner. Wo versteckt er sich? Hier. So, wen dürfen wir jetzt bekämpfen? Oder was dürfen wir bekämpfen? Och, nehmt doch mal diese Scheiß-Typen endlich mal weg. Anti-Gravity-Death-Force. Spin Death-Road. Ich habe gar nicht gemerkt. Ich habe voller Rüstung fertig. Rüst. Hau ab. Ich glaube, du das jetzt abwehren konntest. Lass mich den Kribben, ihr Dreckigen. Deswegen mag ich die nicht. Ich wollte die ganze Zeit nicht heilen. Hau ab. So, einer weniger. Ich hasse diese Gegner. Ich würde mich umerst mal um den da kümmern. Wenn der den mal endlich anvisieren würde. Hau ab. Ich brauche dringend ein anderes Update. Hab dich. So, weg. Grüne volle Rüstung bereit. Ich habe jetzt diese grüne Rüstung, mit der man kämpfen kann, ready. Geht doch. Ich hasse diese Hüpfer. Komm, mit denen einfach wirklich kaum klar. Ich weiche es zwar aus, aber irgendwie klappt es trotzdem nicht. So. Drei Kämpfe habe ich hier noch. Ja, ich weiß es mit dem Ausweichen. Das könnte ich besser machen. Da muss mich keiner flamen für. Leute, wir spielen hier, um Spaß zu haben. Nicht um die ultimativen, äh, äh, Krieger zu sein. Die alles auseinandernehmen, was ihm vor die Nase kommt. Ja, drei Kämpfe haben wir noch vor uns. Wir nehmen erst mal hier die. So. Hier ist irgendwo ein Kampf. Ah, direkt hier. Super. Perfekt. Ich hebe mir diese grüne Rüstung für den Boss aus. Wisst ihr, es kommen aber auch keine neuen Gegner mehr, ne? Antikravity-Death-Boys. So. Einen von euch würde ich gerne als erstes umnieten. Lass dich greifen. Die will ich halt allein deswegen als erstes tot haben, weil sonst viel so viele von diesen Bubbles hier sind. So. Und die mache ich jetzt fertig. in dem ich mich aufgeladen hab. Hau ab! Keiner weg! Nervt mich nicht. So, dann mache ich dich jetzt fertig. So, komm hier. da. Nur noch einer. Wo ist er? Wo versteckst du dich? Ne, jetzt im Ernst. Wo versteckt er sich? Hallo? Habe ich wieder eine Bock? Ne, da hinten. Habe ich wieder eine Bock? Wollte gar nicht versuchen, aufzustehen. Spinn-Death-Slow! Tschüss! Drei von denen ist auch nervig. Äh, noch schlimmer. Fünf von denen hatte ich auch schon. Das hatte ich bei diesem Sechs-Wellen-Kampf. So, und jetzt heißt es sowieso, ich muss erst mal Geld farmen. 50.000, ne? Ne, 45.000. Ne, doch. Jetzt 50.000, oder? Ne. Und ich habe... 27.000. Kann sein, dass ich ein bisschen Obgin holen muss. So, hier ist noch ein Kampf. Den sieht man sogar recht einfach. Muss ich nicht groß suchen. Let's go! Habe ich jetzt den kompletten Kampf rausgeschnitten? Wenn ja, tut's mir leid. War da nicht meine Absicht. Es war jetzt eigentlich ein recht leichter Kampf. Oh, ich muss hier noch ein Bäumchen pflanzen. So, da unten kann ich eh nicht mit dem Wagen lang. Wie viel von den Bäumen habe ich jetzt eigentlich gepflanzt? Ich habe noch keinen Offscreen gepflanzt, ne? 25.000. Ich habe ein Viertel bisher. Na gut, würde ich jetzt aktiv wirklich mal hier Offscreen alles absuchen und die Bäume pflanzen? Wäre ich wahrscheinlich schon mal 70. Ungefähr. Das ist jetzt nur so eine vage Vermutung. Ah, guck mal. Ein Baum plus ein komisches Ding zum Zerschlagen. So, und dich hau ich kaputt. Diese hässliche Kunst. Katze! Miau, miau! Die wievielte war das? Die sechste. Da ist, glaube ich, wieder ein Stein, oder? Nee. Da ist nix zum mitnehmen. Hier unten müsste jetzt eigentlich ein Kampf sein. Wenn es nicht dieser eine Pixie ist, der komplett am Rande ist. Da ist der Kampf und ein Baum. Ich pflanze erst den Baum und nehme dann den Kampf. Dann habe ich das wenigstens schon mal erledigt. Oh, und das wird offenbar ein Riesenkampf. Weil wir in der Händschirm-Transformation sind. Das ist so ein Anzeichen dafür, dass man so einen Riesen-Boss hat. Und endlich mal ein neuer Gegner. Hoffentlich. Ja, ein neuer Gegner. Ein richtig cooler sogar. Weltraumfrau. Okay, es wird mir seinen Schwachpunkt zeigen. Schau genau in sich. Hier versteckt sich etwas im Farbenfrohnenkern am Brust und Flügel. Der dreht sich so doof. Da bringt der Laser nix. Ich denke mal, die Farbe, die auf dem Kern ist, die kann ich schredigen. Jetzt hat der Gelb. Ja, jetzt kann ich Gelb schädigen. Ah ne, Rot. Ich muss Rot angreifen. Tschüss. Einer weg. Zwei weg. Nur noch blau. Blau. Nur noch einer ist und zwar die Mitte. Und dann muss ich hinter ihn gelangen. Muss hinter ihn. Besiegt. Besiegt. Ich weiß, wie ich hier Schaden genommen habe. Das muss mir keiner erzählen. Okay. Aber ein cooler Kampf war das trotzdem. So, jetzt muss ich erstmal wieder Geld verdienen, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich würde sagen, über 30.000 auf jeden Fall. Aber die vorgesehenen Kämpfe haben mich auf jeden Fall jetzt alle abgeklappert. Ja, 37.000, 8.000 muss ich machen. Ja, das hat man schnell. Komm, den bauen wir nämlich auch direkt mit. Und dann gehe ich jetzt hier erstmal Geld holen. da ist noch ein Stein zum kaputt schlagen. Zack. Ja, Leute. Ich mache dann hier ein... Äh... Ich beende hier dann jetzt die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Geld haben, dass wir direkt beim nächsten Mal den Kampf machen können. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020